Gesetz der Anziehung. Wir nutzen das Gesetz der Anziehung jede Sekunde, ob bewusst oder auch unbewusst. Jeder von uns, jeder der mir jetzt gerade hier zuschaut, nutzt das Gesetz der Anziehung, leider oft aber auch im Negativen. Die wenigsten wissen, was das bedeutet, das Gesetz der Anziehung, weil wir es einfach nirgendwo beigebracht bekommen. Aber Gott sei Dank gibt es Bücher, alternative Quellen, wo wir lernen können, was das Gesetz der Anziehung ist. Es gehört zu dieser Erde dazu. Es ist ein Gesetz, das wir nicht einfach wegdiskutieren können. Es ist da. Und wir bestehen ja alle aus vibrierender Energie, genauso auch unsere Gedanken. Also meine Gedanken, so auch wie deine, die vibrieren jetzt hier um unseren Körper herum. Die sind da, egal welchen Gedanken ich habe. Jeder Gedanke, die Esther Hicks sagt es immer sehr schön in ihren Seminaren auf Englisch, jeder Gedanke ist in seiner Essenz ein Verlangen nach mehr. Mach dir Gedanken über diesen Satz. Jeder Gedanke in seiner Essenz ist ein Verlangen nach mehr. Sind wir ständig unzufrieden mit Dingen, die auch wirklich nicht schön sind, verlangen wir unbewusst nach mehr. Wenn du jetzt verstehst, wie dieses Gesetz funktioniert, dann weißt du, okay, ich bin gerade unzufrieden, aber ich möchte ja nicht noch mehr. Wenn ich jetzt ständig daran denke, fliegen diese Gedanken um mich herum und ich ziehe noch mehr von dieser Unzufriedenheit an. Möchte ich aber gar nicht. Also was kann ich jetzt tun? Deine anspruchsvolle Aufgabe ist es, und das ist ja das Schöne hier auf der Erde, wir sind ja hier, um uns zu erfahren und zu lernen, unser Bewusstsein zu erweitern. Deine anspruchsvolle Aufgabe ist es, deine Gedanken so zu formen, dass du deine Gegenwart so lebst, dass du wirklich zufrieden bist. Ich denke, wir Menschen werden nie zu 100% zufrieden sein. Wir wollen immer mehr, mehr. Das ist völlig normal. Wir wollen immer, hast du ein Ziel erreicht, willst du das nächste. Das ist völlig normal. Wir dürfen auch darauf hinarbeiten, aber Hauptsache mit einem guten Gefühl und das Gefühl, dass wir nicht Opfer sind, sondern dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen und niemand anders uns steuert. Das ist alles möglich. Um das Gesetz der Anziehung jetzt für dich arbeiten zu lassen, sodass du wirklich ein entspanntes und glückliches Leben führen kannst, ein stressfreies Leben. Und wenn ich dir sage, stressfrei ist ein bisschen gelogen, ja, Stress haben wir, glaube ich, alle hier heutzutage, aber wir können diesen Stress minimieren. Ich beobachte das bei mir im Alltag. Früher war ich viel, viel hektischer, hatte viel mehr Stress, aber seit ich das mit dem Gesetz der Anziehung verstehe, bin ich ruhiger geworden. Klar, ich habe noch Hektik im Alltag. Klar, habe ich auch Stress im Alltag. Aber ich schaffe meine Aufgaben und bin viel entspannter abends. Ich komme direkt am besten mit den Fragen rein, weil ich will dich nicht belügen und sagen, du hast dann gar keinen Stress mehr. Ich sehe es jetzt gerade bei mir als Mutter, Kinder und Business ist schon Stress da, ja, aber es wird immer weniger, umso bewusster ich mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinem Alltag umgehe. Viel bewusster, viel ruhiger und einfach auch annehme, was ist. Ja, weil wir sind oft auch gestresst, weil wir wissen, dass wir gewisse Aufgaben nicht schaffen können, weil die Kinder gerade am Schreien sind, weil das und das fehlt, Termin platzt, weil ich es nicht rechtzeitig schaffe. Wenn du aber annimmst, was ist, wird auch dieser Stress weniger. Ich blende dir jetzt am besten die Fragen ein, die du dir jetzt stellen kannst, um das Gesetz der Anziehung so für dich arbeiten zu lassen, dass du dich im Alltag wohler fühlst und deine Ziele erreichst. Ich blende es dir nicht ein, ich werde es dir einfach vorlesen. Also als allererstes, wie soll dein Leben aussehen? Stell dir diese Frage, die Antwort darauf kann sehr lange dauern, aber nimm dir Zeit, es ist dein Leben. Wie soll dein Leben wirklich so aussehen, dass du zufrieden bist? Mach dir darüber Gedanken. Wie willst du dich fühlen? Darüber macht sich kaum jemand ein Gedanke, weil wir immer nur am Rennen sind, immer wirklich nur am Rennen sind, unseren Alltag irgendwie hinzubekommen. Also wie soll dein Leben aussehen und wie willst du dich fühlen? Dann ist die dritte Frage, was möchtest du denn täglich erleben? Anthony Robbins hat das in einem Seminar mal gesagt, er hat sich eine Liste zusammengestellt, welche Gefühle er jeden Tag erleben möchte, weil er herausgefunden hat, da hat er da eine Studie irgendwie gemacht mit mehreren Menschen und was sie in einer Woche für Gefühle erleben. Und er meinte, ich weiß nicht wie viele Gefühle es gibt, 100, 200, 300, ich weiß es nicht. Und dass die meisten Leute in einem Radius von, ich glaube, drei bis sieben Gefühlen erleben. Mehr erleben sie nicht. Traurig, glücklich, enthusiastisch, zufrieden, sowas irgendwie. Aber es gibt viel, 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 viel mehr. Und mach dir Gedanken, welche Gefühle möchtest du täglich erleben? Ich werde dir am besten jetzt nochmal, weil ich habe es nicht im Kopf, nochmal ein Buch von Anthony Robbins raussuchen oder in den Seminarunterlagen habe ich es, glaube ich. Und dann werde ich es dir einblenden, was für Gefühle es denn gibt. Und du kannst aus dieser Liste herausschreiben, welche Gefühle möchtest du denn regelmäßig erleben. Weil das gibt deinem Leben mehr Leben, dass du so rauskommst aus diesem grauen Alltag. Und jetzt habe ich hier die letzte Frage. Was liebst du und was willst du regelmäßig tun? Mach dir auch darüber Gedanken. Dann weiter, genau, morgens, jetzt geht es weiter zum zweiten Punkt. Morgens kurz vom Ausstehen. Ganz, 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 ganz wichtig für deinen Alltag, wenn du den verändern möchtest. Wenn du deinen Alltag dazu primen möchtest, mehr Energie zu haben, positiver zu sein. Dann pass jetzt auf. Als allererstes, worauf freue ich mich heute? Meistens stehen wir auf und freuen uns auf gar nichts. Selbst ich früher war schon genervt morgens, weil ich dachte, okay, jetzt Frühstück für die Kinder vorbereiten, Haushalt machen, Wäsche waschen, Mittag essen. Ich war genervt, ich habe keinen Bock. Ich wollte einfach mal etwas für mich tun. Aber wenn du dann morgens schon aufstehst und dich fragst, worauf freue ich mich heute? Dann such dein Gehirn, wie bei Google. Er sucht dann nach etwas, wenn du bei Google eingibst, worauf freue ich mich heute, wird er dir ja schon positive Dinge zeigen. Wenn du aber bei Google eingibst, was für ein beschissener Tag, wird er dir auch dazu Gründe geben. Guck, dass du dich auf das Positive fokussierst, worauf freue ich mich heute? Ich freue mich, dass ich eben noch am Leben bin, dass ich mich heute erfahren kann. Mal schauen, was heute auf mich zukommt. Ich bin sehr gespannt, weil das Leben ist so spannend. Das ist ein spannendes Spiel. Ich bin gespannt, was ich heute Neues lernen darf. Und du gehst aber auch tief in die Dankbarkeit drin. Zum Beispiel dankbar, dass ich noch am Leben bin. Dankbar, dass ich jetzt rausschauen kann und mir den Himmel anschauen kann. Zum Beispiel. Wichtig ist aber, dass du wirklich in das Gefühl gehst. Weil wir können dankbar sein. Das sieht mir auch sehr oft aus, aber ich fühle es nicht. Ich sage einfach, ja, danke, ich habe zu essen. Es ist für uns selbstverständlich. Es ist völlig normal, dass wir Menschen, wenn wir gewisse Dinge haben, es für uns selbstverständlich wird. Und dann, wenn wir etwas anderes haben möchten, kämpfen wir darum, arbeiten dafür, sammeln Geld, kaufen zu uns. Und wenn wir es eine längere Zeit haben, ist es auch irgendwann selbstverständlich. Suche dieses Gefühl des Mitgefühls und der Dankbarkeit, dass du es auch wirklich spürst. Es muss aus der Tiefste deinem Herzens kommen. Dann, da gibt es auch aus dem Half-Math-Institut, glaube ich, heißt das, gibt es auch Studien dazu. Das Herz ist sehr, sehr stark, viel stärker als das Gehirn. Und das fängt dann an zu leuchten und zu strahlen und zu vibrieren. Und es zieht dann magnetisch positive Dinge in dein Leben. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Dann ist die zweite Frage. Wie kann ich heute die beste Version meiner selbst sein? Wie reden, wie denken, wie mich bewegen, was darf ich umsetzen, um die beste Version meiner selbst zu sein? Ich lasse es jetzt offen, ohne zu erklären, jede für sich selbst definieren. Und das dritte dann, wie fühlt sich mein Ziel an? Wir haben alle Ziele, vergessen sie aber. Dein Ziel kann sein, dass du abnehmen möchtest und einen gesunden Körper haben möchtest. Dein Ziel kann sein, deine Ausbildung zu schaffen oder dich gesünder zu ernähren, gesünder für die Familie zu kochen, deine Wohnung umzuräumen, umzuziehen, irgendein neues Studium zu machen, je nachdem, was du hast. Wie fühlt es sich an, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Das ist auch ein sehr, sehr, sehr machtvoller Schritt, wenn du daran, nicht Schritt, ein sehr machtvoller Gedanke, wenn du dich damit beschäftigst, wie fühlt es sich an, mein Ziel zu erreichen oder es bereits erreicht zu haben? Weil da bist du auch nochmal gedanklich darauf fokussiert, auf dein Ziel. Und nicht auf irgendwelche Probleme, die vielleicht heute kommen, weil die S-Bahn zu spät kommt oder dein Auto nicht funktioniert, du kommst zu spät zur Arbeit. Nein, deine Gedanken sind darauf fokussiert. Das hebt auf jeden Fall deine Energie an. Und wenn du diese Dinge halt tust, schaue, dass du so lange wie möglich in dem Gefühl bleibst, weil wie gesagt, das hebt deine Energie positiv nach oben. Ich habe ja gesagt, wir sind vibrierende Energie. Und wenn du deine Energie nach oben schwingst, ja, mit zum Beispiel diesen Fragen, dann ziehst du automatisch positive Dinge in dein Leben rein. Probier es aus. Viele werden es nicht glauben, aber es werden auch sehr viele ausprobieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Beispiel möchte ich dir unbedingt geben von der Esther Hicks. Die hat in einem Seminar erzählt. Ich war noch nie in einem persönlichen Seminar. Ich schaue mir alles auf YouTube an. Kann ich euch auch unten gerne verlinken. Wenn ihr das so wissen möchtet, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Da werde ich es euch verlinken. Die Seminare sind alle auf Englisch, die ich jetzt hier auf YouTube sehe. Und da hat er sie in einem Video erklärt, wie sie im Flugzeug zu einer Schulung unterwegs war. Und sie war einfach nur glücklich. Ach, es ist so schön. Ich glaube, erste Klasse, ich weiß es jetzt nicht. Und es ist so gemütlich. Und ich fühle mich so wohl. Es waren so ihre Gedanken unbewusst. Und sie saß dann da und hat es einfach nur genossen, wie wunderschön es ist. Und dann kam die Stewardess und ich weiß nicht genau, was die Stewardess gemacht hat, aber ich gebe jetzt jetzt irgendein Beispiel aus meinem Kopf. Hat es ihr eine Decke gegeben und meinte, die Stewardess meinte dann, ich habe mich gefragt, wie ich dafür sorgen kann, dass sie sich noch wohler fühlen. Und hat mir gedacht, ich gebe ihnen eine Decke für die Füße, damit sie ihre Füße wären. Und Esther Hicks meinte dann, das, was du denkst, davon ziehst du mehr an. Sie hat die ganze Zeit davon geschwärmt, wie wohl sie sich fühlt. Wie kann man sich nur so wohl fühlen? Das ist so schön. Und dann kam vom Universum auch direkt schon jemand, ja, wurde ihr schon geschickt, damit sie sich noch wohler fühlt. Hätte sie sich beschwert, was für ein beschissener Flug das ist, wie ekelhaft das alles ist, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Ich hoffe, meine Message ist angekommen. Das, was du in der Essenz deiner Gedanken die ganze Zeit denkst, das ziehst du in dein Leben. Beobachte dein Leben, schau dich um, guck, wie sieht es gerade in meinem Leben aus. Und dann beobachte deine Gedanken. 24 Stunden, sagen wir mal, davon schläfst du 8. Den Rest, guck, dass du so gut wie möglich dich darauf konzentrierst, zu deinen Gedanken zu beobachten, was denke ich denn überhaupt die ganze Zeit. Ich habe noch eine Bonusübung für dich, und zwar Meditation. Das hört sich immer so Dings an, das hört sich so neumodisch an. Und alle reden jetzt über Meditation. Ich kann es aber auch anders sagen. Nicht unbedingt Meditation. Nimm dir 10 Minuten Zeit für dich selber, um neue Energie um dich herum zu kreieren. Wenn du siehst, dass alles aktuell negativ ist, benutze das. Das sind Sachen, die ich dir erzähle, die habe ich nicht erfunden. Das sind Bücher zum Beispiel unter anderem von dem Wissenschaftler Dr. Joey Dispenza. In seinem Buch, ein neues Ich, glaube ich, heißt das Buch, werde ich dir aber auch gerne unten verlinken, erklärt er auch nochmal, wenn du deine aktuelle Energie verändern möchtest, weil sie negativ ist, weil es gerade einfach alles drunter und drüber geht, und du denkst dir, ich möchte aber nicht mehr, ich kann nicht mehr, kannst du die Energie neu verändern, indem du zur Ruhe kommst. Du setzt dich hin, 10 Minuten, beobachtest nur deine Gedanken, mach die Augen zu, weil über die Augen nehmen wir jetzt sehr viele Informationen wahr, auch unbewusst. Also mach die Augen zu, dann nimmst du schon mal weniger Informationen von außen wahr und kehrst deinen Fokus nach innen. Du beobachtest deinen Atem und du willst schon bemerken, wie Gedanken kommen. Und oft sind das Gedanken, die dich zum Aufstehen zwingen. Du hast aber das noch zu tun, du musst noch jenes, beeil dich, sonst wird es zu spät, bla bla bla. Diese Gedanken beobachten, nicht bewerten. Oh, das denke ich schon wieder so. Nicht bewerten, liebevoll beobachten diese Gedanken, die sind da. Und lass sie vorbeiziehen, da kommt schon der nächste Gedanke. Bei mir ist es oft so, dass ich schon ein bisschen hibbelig werde, aber wieder zur Ruhe komme, den Gedanken beobachte, ihn weiterziehen lasse und schon kommt der nächste Gedanke und wieder der nächste. Und in dieser Zeit kreierst du eine neue Energie, weil du dich nicht mit den Gedanken identifizierst, sondern du lässt sie vorbeiziehen. Weil du bist nicht dieser Gedanke. Du bist etwas dahinter. Du bist die Seele in dem Körper, die diese Gedanken beobachtet, die diese Erfahrung gerade macht. Also setze dich hin, schau, dass du das mindestens 10 Minuten am Tag machst. Das kannst du machen, indem du morgens früher aufstehst. Ich hatte schon mal eine Frage bekommen, lohnt es sich nicht, lieber 10 Minuten länger zu schlafen? Ich würde sagen, nein. Steh lieber 10 Minuten früher auf, setz dich in deinem Bett aufrecht hin, beobachte deinen Atem und deine Gedanken, weil da werden schon die Gedanken fließen ohne Ende. Früher aufstehen, Kaffee machen, Brötchen vorbereiten, was auch immer du noch zu tun hast in deinem Alltag. Und du beobachtest diese Gedanken. In dem Moment ziehst du den Fokus von außen ab und fokussierst dich auf dein Innenleben, auf deine Seele, wie sie das alles beobachtet. Damit kannst du auch deine Energie neu kreieren um dich herum und deine Energie positiv anheben. Und für diejenigen, die das immer noch nicht glauben, dass Gedanken da sind, das ist genau wie der Wind. Wir können den Wind nicht sehen, aber wenn du rennst, spürst du ihn ja auf deiner Haut. Und du hast auch mit unseren Gedanken, die sind da. Mach einen Test. Alle, die Tiere haben, kennen das sicherlich. Die Tiere spüren, was du fühlst und was du denkst. Die spüren das. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Hund. Und ich bin böse und habe vor, dich umzubringen. Und komm dir entgegen. Während du mit deinem Hund spazieren gehst, habe ich ein Messer in der Hand und komme auf dich zu. Dein Hund wird mich anbellen. Der Hund wird mich anbellen, obwohl er meine Gedanken ja nicht sieht, aber er kann sie spüren. Er kann das fühlen. Menschen eher weniger, obwohl auch Menschen dann schon direkt ein ungutes Gefühl hätten, weil ihr Energieumfeld diese Informationen von dem anderen Menschen schon annimmt. Beobachte das mal mit Tieren oder leg dir halt ein Tier zu und du wirst sehen, dass die Tiere deine Gedanken spüren. Und da hast du schon den Beweis, dass deine Gedanken draußen sind. Sie sind nicht einfach nur im Kopf, weil viele denken, ach ich denk's mir einfach. Die Gedanken sind da und beeinflussen dein gesamtes Leben. Die wenigsten wissen das. Du weißt es jetzt. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung sorgt dafür, dass du leider, ja was heißt leider, leider im negativen Sinne, wenn du negative Gedanken hast, ein Negatives anziehst, aber im positiven Sinne auch damit arbeiten kannst und damit spielen kannst mit der Gesetz der Anziehung. Alles, was du denkst, aber nicht alles, was du denkst, es muss mit dem Gefühl sein. Ich kann jetzt denken, ich bin Millionärin, werde aber keine Millionärin, nur weil ich es denke. Ich fühle aber innerlich, eigentlich bin ich arm, dann werde ich arm sein. Das heißt, du musst wirklich die Gedanken mit den Gefühlen miteinander kombinieren. Und beobachte mal in deinem Alltag, wenn du irgendetwas schon mal, irgendetwas Schönes erlebt hast, wie hast du dich damals gefühlt? Wie hast du es in deinem Leben angezogen? Wahrscheinlich war tief in deinem Inneren ein schönes Gefühl, dass du es erreichen wirst. Oder dass du dieses Erlebnis haben wirst. Und deswegen hast du es erreicht. 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 Also beobachte nicht nur die Gedanken, sondern damit verbunden die Gefühle, denn über das Herz, Half-Math-Institut, auf jeden Fall gibt es ein Institut, das das Herz ganz genau untersucht und guckt und Studien macht und die sagen, das Herz hat so eine starke Energie, viel stärker als das Gehirn. Und ich glaube, das reicht 30 Meter um deinen Körper rum. Ich meine 30 Meter. Strahlt das und sendet Energie aus deinem Körper, dein Herz. Und das, was du ständig fühlst, das ziehst du die ganze Zeit an. Deshalb deine Aufgabe, beobachte, was du fühlst und was du denkst und nimm die Frage mit jetzt nach dem Video, was möchtest du in deinem Leben verändern. Fokussiere dich dann auf dieses positive Ergebnis, das du dann am Ende erhalten wirst. Fühle es, denke da dran. Und du wirst es mit der Zeit anziehen, wenn du davon überzeugt bist und es glaubst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn du mehr solcher Videos von mir haben möchtest. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.